hallo zusammen willkommen zu unserer sendung die stunde der wahrheit in der stunde der wahrheit geht es um joshua maschia die wahrheit aus der bibel und die bibel sagt ihr werdet die wahrheit erfahren und die wahrheit wird euch frei machen halleluja so wie man weiter mit unserem thema gemeinde wir hatten letztes mal über die gemeinde die ekklesia von menschen gegenüber die ekklesia von joshua maschia vorgestellt also wir haben versucht also dieser unterschied zu verstehen also wie ich letzte mal sagte das thema gemeinde da gibt es also wirklich viel 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 zu sagen wir werden also langsam und also schrittweise gehen also wie unser herr joshua maschia und also führen wird joshua danke für dein wort danke für diesen moment ich bitte joshua maschia dass du mit dass du uns deine worte gibt leg deine worte in meinem mund her ich brauche dich so sehr joshua joshua wir sind keine theologen wir sind keine keine professoren oder doktoren von irgendwelche universität aber hier bekommen das wort also direkt von dir her bitte leite uns leite mich her bitte durch dein wort halleluja amen so thema die ekklesia ich grüße erstmal also alle also die geschwister überall also die leute die 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 wahrheit gerne hören oder die die liebe der wahrheit also bekommen bekommen und ich grüße alle geschwister die die wahrheit suchen die noch mehr von der wahrheit also bekommen wollen und die dusch ist durstig sind halleluja also fangen wir an wir hatten letztes mal gesagt wir haben über die ekklesia ich hatte kurz mal also die kurze definition von der von der gläser von der gläser gegeben wir sagten also dass die ekklesia diese begriff ekk ekklesia ekk und gläser ekk bedeutet heraus und gläser bedeutet also was war das noch ekk ist heraus gläser gerufen oder berufen deswegen wenn man sagt dass die ekklesia das heißt herausgerufen also eine gemeinde eine versammlung oder ein volk also menschen die die von joshua maschia herausgerufen wurden halleluja aber wenn man also von herausgerufen sagt wovon von wo also joshua maschia wir haben letztes mal als in johannes kapitel 1 also vers 12 die bibel sagt ganz klar so alle die an seinen namen die in aufnahmen und die an seinen namen angenommen haben die sind kinder gottes kinder elohims geworden halleluja also das heißt die die sein wort angenommen haben werden haben die kraft von joshua maschia bekommen kinder des herrn kinder gottes elohims zu werden halleluja also machen wir mal also kurz also weiter mit dem mit dem thema gemeinde wir sehen also heute dass es verschiedene gemeinde gibt gemeinde von menschen wir haben also letztes mal also von gemeinde von menschen und gemeinde von joshua gesprochen und wir sagten dass die gemeinde von joshua maschia wird von ihm gebaut und dann und dafür werde ich also diese vers aus der was vieles mal gelesen haben das ist in matthäus kapitel 16 ab vers 13 also das ist das bekenntnis des petrus wie gesagt dass es so ein schönes gesicht das bekenntnis des petrus ab vers 13 als aber jesus in die gegenden von caesarea philippi gekommen war fragte er seine junge und sprach was sagen die menschen wer der sohn des menschen ist sie aber sagten einige johannes betäufer andere aber elia und andere wieder jeremia oder eine der propheten er spricht zu ihnen ihr aber was sagt ihr wer ich bin also lieber geschwister hier sieht man ganz klar viele wussten überhaupt nicht also wer jesus war es gab da so eine gewisse verwirrung die leute haben also die werken gesehen und dachten h da sind die werken von jeremia da sind die werken von elia sind die werken von 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 nur ein propheten aber wer ist das aber joshua maschia fragte ganz klar okay das ist also was die leute sagen was alle andere sagen aber was sagt ihr überhaupt also wer ich bin also das war schon wichtig also für joshua maschia zu wissen also was 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 glauben überhaupt so was meinen überhaupt seine jünger wer er ist und simon petrus versägt sind simon petrus aber antwortete und sprach du bist der christus also das heißt du bist der maschia christus ist maschia halleluja der gesalbte der sohn des lebendigen gottes halleluja und jesus antwortete und sprach zu ihm glückselig bist du simon barjona denn fleisch und blut haben es dir nicht offenbart sondern mein vater der in den himmel ist liebe geschwister um zu also die 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 offenbarung wer joshua maschia ist das kommt nur von oben das kommt nur von oben deswegen diese gemeinde die gemeinde die eklesia eck heraus und 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 gläser gerufen sind menschen die einfach ausgesondert wurden aber diese menschen was was ist diese merkmale also bei diese menschen diese menschen haben die offenbarung von joshua maschia die wissen wer ist wir haben doch gestern gesagt also in matth also letzten mal gesagt in matthäus 18 20 da steht dort da wo zwei oder drei sich in meinen namen versammelt ich bin da da bin ich sagt joshua maschia also die leute die sich im namen joshua maschia sich treffen wissen worum es geht wenn man die offenbarung von joshua maschia nicht hat da kann man überhaupt nicht verstehen also wer wer ist und und es gibt leute die treffen sich also die 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 treffen sich also als sogenannte gemeinde aber wissen überhaupt nicht wer joshua maschia ist und manchmal wissen sie überhaupt nicht warum sie da sind joshua maschia also hier steht petrus der herr sagte zu petrus er sagte himmel also er sagte den fleisch und blut haben es dir nicht offenbar sondern mein vater der in dem himmel ist wisst ihr noch joshua sagte einmal wer wenn mein vater euch nicht zu mir geschickt hätte dann würde ihr nicht zu mir kommen steht also in der bibel geschrieben halleluja und vers 18 das zwar das war unser vers von letztes mal aber auch ich sage dir du bist petrus und auf diesen fels werde ich meine gemeinde bauen und des hades pforten werden sie nicht überwältigen halleluja ho lieber geschwister da lernen wir ganz klar dass die gemeinde die eklesia joshua maschia er allein baut diese gemeinde er ist der bilder der erbaut dass er ist der meister erbaut diese gemeinde und die gemeinde von joshua maschia die pforte des hades kann überhaupt nicht diese gemeinde überwältigen nein deswegen steht steht geschrieben wir sind sieger mit joshua maschia wir sind sieger halleluja oh liebe geschwister wenn du teil von dieser gemeinde bist bist du schon also ein sieger halleluja also dann brauchst du nicht also so traurig zu sein so ja er hat mich verlassen er ist so nein wenn du weißt wenn du weißt wer joshua maschia ist wenn du schon mal also joshua gesagt hat herr ich will dir folgen und er hat also dein herz berührt dann gehörst du bist du bist du sein kind geworden bist du in seine gemeinde reingekommen aber wie kommt man also in die gemeinde joshua maschia wenn man seine sünde bekennt wenn man sagt okay joshua maschia ich bin ein sünder ich will meine sünde verlassen bitte vergib mir vergib mir vergib mir vergib mir ich will dir jetzt folgen und was tut joshua maschia er kommt also durch sein geist und verendet dein herz da nimmt er dich also er raus er ruft dich raus er nimmt dich also aus ein bestimmtes system halleluja die gemeinde joshua maschia es wurde von die von 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 der gemeinde der menschen herausgerufen halleluja joshua maschia also und dann sagt er vers 19 ich werde dir die schlüsse des reiches der himmel geben und was immer du auf der erde bindet wirst wird in den himmel gebunden sein und was immer du auf der erde lösen wird wird in den himmel gelöst sein halleluja es gibt so viel hier zu lernen aber wie ich sagte also wir lassen uns also leiten dann heute werden wir diese vers 18 mal schrittweise gehen also joshua sagt hier du bist petrus ich hatte letztes mal gesagt also das ist was was man also in vers 18 ließ ist wird oft falsch übersetzt weil der begriff also diese begriff petrus hier wenn man also da geht das steht also kefas auf griechisch oder amisch steht da kefas kefas bedeutet also ein stein ein kleinstein und hier fels ist petra vielleicht sollen wir auf eine andere bibel gehen ich gehe mal also da auf die bjc bjc gehen wir auf matthäus 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 wo ist das noch genau das also dieses teil ist auf französisch aber die rechte seite ist auf deutsch deutsch so matthäus 16 genau und hier habe ich also die version die luther version matthäus 16 vers 18 genau so das hat sich nicht verändert nochmal das muss ich das bräuchte neu laden genau so 16 ok bitte 16 vers 18 und ich sage dir du bist petrus hier steht also petrus normalerweise ist also petrus auf griechisch petrus ist das ein ein auf englisch wie es tun also stein peter auf englisch und dann wenn man das auf felsen geht felsen da steht also petra petra das ist ein petra das ist so da merkt man schon also das ist also ein wortspiel weil hier geht hört man also petrus und da also petrus petrus und petra und petra ist das ein fels also was versteht man da ein kleinstein er sagt du bist also ein kleinstein und auf diesen fels also nicht der petrus nicht der kleinstein also es geht um jetzt einen fels auf einen fels will ich mein will ich meine gemeinde bauen dieser fels wurde so falsch verstanden also dass eine große gemeinde so eine welt bekanntliche gemeinde hier dachte okay dass der petrus der papst der also die gemeinde sollte auf petrus aufgebaut werden und das dass man also Petrus als ein Papst genommen wurde. Es ist so lustig. Und anscheinend ist also Petrus einer der ersten Papst von dieser großen Gemeinde. Und in Vers 19, das ist noch schlimmer, noch schlimmer, in Vers 19, da steht, ich will dir des himmlischen Schlüssel geben. Und man sieht, viele glauben, dass Petrus, also derjenige, der die Tore des Himmels aufwacht, bewahrt das, also wenn jemand aus dem Himmel kommt, der Erste, der sieht, ist Petrus, er ist da mit einem riesigen Schlüssel und macht das Tor auf und dann sagt, okay, du darfst rein oder nicht. Das ist so lustig. Aber die Bibel sagt uns ganz klar hier, dass Petrus, der kleine Stein, und auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Joshua sagt, er will auf einem Fels seine Gemeinde bauen. Gucken wir mal also dieser Petrus. Petrus, also der kleine Stein. In 1. Petrus, Kapitel 2. Ach, Halleluja. 1. Petrus, Kapitel 2. Petrus wusste, was er da sagte. 1. Petrus, Kapitel 2. Vielleicht gehe ich also direkt in Eberfelder. Das ist hier vielleicht klar. 1. Petrus, Kapitel 2. Die Bibel sagt uns also, was diese Fels sind. Ich lese mal also ab Vers 1. Legt nun ab alle Bosheit und allen Druck und Heuchelei und Neid, und alles Üble nachreden. Und seid wie neu geborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Wisst ihr, lieber Geschwister, unverfälschten Milch. Also das heißt, diese Milch, diese Nahrung ist unverfälscht. Damit ihr durch sie wachscht zur Rettung. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir falsche Nahrung bekommen, falsche Lehre, falsches Wort, wir werden nicht wachsen. Habt ihr nicht bemerkt? Also ihr wart also wahrscheinlich früher in solcher Gemeinde, wo die Menschen dort herrschen. Wo die Lehre der Menschen also immer gegeben werden. Habt ihr festgestellt, dass ihr überhaupt nicht gewachsen seid? Man wächst überhaupt nicht dort. Man bleibt immer in der Sünde, in der Sünde. In solcher Gemeinde, also der Pastor, wo der Pastor der Chef ist, alles was er sagt, das muss man also tun. Man befolgt also immer die Lehre von diesem Pfarrer, diesem Bischop, dieser, keine Ahnung. Und die Lehre nicht mal, also was die Joshua Maschia gelehrt hat. Die Lehre nicht mal, also die Bibel. Und dort wächst man überhaupt nicht. Halleluja. Damit ihr durch sie wachscht zur Rettung. Wenn ihr, wenn ihr wirklich, ähm, Moment, ich muss das so fixieren. Wenn ihr, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Halleluja. Zu ihm kommen als zu einem lebendigen Stein. Ha, jetzt kommen also, das kommt jetzt. Dieser Begriff also Stein. Von Menschen zwar verworfen. Bei Gott, aber außer Welt kostbar. Versteht ihr bei Gott, aber außer Welt, außer Welt, das ist die Ekklesia. Diese Ekk, herausgerufen, aus der Welt, ausgesondert von Joshua Maschia. Und so kostbar, mein Bruder, meine Schwester. Du bist so kostbar für Joshua Maschia. Halleluja. Kostbar, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen. Huch. Halleluja. Hier steht ganz klar, dass Joshua Maschia seine Gemeinde mit lebendigen Steinen baut. Und da steht weiter. als ein geistiges Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus, Joshua Maschia. Halleluja. Lieber Geschwister, wir, die Herausgerufene, die Ekklesia von Joshua Maschia, wir sind lebendige Steine. Also das heißt, Joshua Maschia baut sein Haus mit lebendigen Steinen. Menschen, die diese unverfälschte Nahrung bekommen haben. Das wahre Wort. Halleluja. Halleluja. Und hier steht, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, boah, Halleluja, Joshua Maschia. Das heißt also, da bist du, es geht um Leute und Menschen, die wirklich was vom Herrn bekommen haben. Die haben Joshua Maschia geschmeckt, sein Wort geschmeckt. Die wurden verändert. Ausgesondert von Joshua Maschia. Das ist seine Gemeinde. Und der Herr baut seine Gemeinde mit solchen lebendigen Steinen. Mit solchen Menschen. Die Menschen, die unverfälschten Milch, die die richtige Nahrung bekommen haben. Halleluja. Oh Herr. Du bist so wunderbar. Du bist so. Es gibt, ich weiß nicht, gibt es Leute überhaupt, also die, die diese Joshua geschmeckt haben? Jedes Mal, jedes Mal, wenn sie, wenn, wenn ich, ich spüre, ich werde so schwach oder, oder ich werde angegriffen und, und, und. Ich denke immer, Herr, Joshua Maschia, ich habe deine Liebe, deine Kosten, deine Liebe geschmeckt. Nein, 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 du hast mich verendet, du hast mein Herz berührt. Nein, 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 ich kann nicht aufgeben, ich kann überhaupt nicht aufgeben. Das ist in mir passiert. Ich habe, ich habe das geschmeckt, dass du gütig bist, Joshua Maschia. Halleluja. Also, aus diesen lebendigen Steinen baut Joshua Maschia seine Gemeinde. Und diese Gemeinde ist also ein geistliches Haus. Es ist, es hat überhaupt nicht mit diesen Gebäuden zu tun. Was wir da sehen, diese riesige Dom, die sind so, die, habt ihr schon mal gesehen? Diese riesige Dom, es ist alles so ruhig da drin, dort herrscht der Tod. Der Tod herrscht dort. Du gehst rein, du hast Angst sogar. Du kannst dich also wohlfühlen. Das ist so komisch. Ich weiß überhaupt nicht. Ich war einmal also mit meiner Familie, wir haben einen Dom mal besucht und die Kinder sagten sogar, wie kann man überhaupt hier beten, wenn da so viele Toten und, und, und gibt. Was soll das? Es ist ja so gruselig. Habt ihr überhaupt gesehen, diese riesigen Gebäude? So viel Geld, so viel Geld wird da drin gepumpt, ausgepumpt und die geben so viel Geld da drin. Aber, aber, und, 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 und was ist mit Menschen? Die Menschen, die Menschen werden veranalysiert. Diese Pastoren, die wollen riesige Gemeinde bauen und, 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 Gemeinde als Form von Kuren und sowas. Und die sind so, die freuen sich sogar solche riesigen Gebäude. Und da sagen sie, ja, das ist das Haus des Herrn. Das ist das Haus des Herrn. Wenn sie da reingehen, die sind so fromm, und, 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 und. Und, aber die Gemeinde Joshua-Maschia ist ein geistliches Haus. Ein heiliges Priestentum. Oh, Halleluja. Um geistliche Opfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Joshua-Maschia. Halleluja. Hey. Oh, liebe Geschwister. Joshua-Maschia baut seine Gemeinde. Und seine Gemeinde ist mit, also, mit lebendigen Steinen. Halleluja. Halleluja. Und, noch ein Punkt. Noch ein Punkt. Zurück zum Matthäus Kapitel. Kapitel, ähm, Matthäus Kapitel 16. Noch ein Punkt. Und Joshua sagte zu Petrus, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Also, du bist dieser Stein, sagte er. Du bist Petrus, du bist der kleine Stein. Dieser lebendige Stein. Mit dem lebendigen Stein werde ich auf einem Felsen, diesen Felsen, meine Gemeinde bauen. Das heißt, ein Kronstein. Das heißt, ein Kronstein. Es gibt also einen Kronstein. Halleluja. Das bedeutet, diese Felsen. Also, die Gemeinde wird auf den Felsen gebaut. Und wer ist das? Wer ist diese Felsen? Halleluja. Hey. Oh, meine Güte. Ah, Joshua Maschia. Du bist... Es gibt so viel zu sagen, liebe Geschwister. Es gibt so viel zu sagen. Weil die Gemeinde, die wir heute sehen, was wir wiedersehen, wo die Leute sich treffen und die kleiden sich so schön und habt ihr nicht gesehen, also wie einige Leute sich, die freuen sich für ihren Pastor. Hast du meinen Pastor heute gesehen? Hast du gesehen, wie er gekleidet war? Hast du seine Schuhe gesehen? Nein. Die Gemeinde von Menschen. Dort in der Gemeinde von Menschen, die gucken immer, wie... Ja, die Reichen kriegen also die besten Plästen. Die haben sogar VIP dort in diese Gemeinden. Und die Musik dort. Die Musik dort ist nur die Musik für Menschen, nicht die Musik von Joshua Maschia. Hip-Hop, Rap-Musik und, und, und. Die Leute sind also so komisch gekleidet, sexy gekleidet in solche Gemeinden, sexy gekleidet. Was macht also sexy in einer Gemeinde, in der Gemeinde von Joshua Maschia? Jede Sonntag. Die treffen sich also an bestimmten Tag. Sonntag ist der Tag des Herrn. So nennt man das also in dieser Gemeinde. Aber die Gemeinde von Joshua Maschia... Die Gemeinde von Joshua Maschia hat keinen bestimmten Tag. Lieber Geschwister, Joshua baut seine Gemeinde. Also wir waren bei Petros, wir haben jetzt verstanden, dass diese Steine, dass wir die Steine sind. Die Menschen. Menschen sind die lebendigen Steine. Und der Fels, das ist also Joshua Maschia. Und das können wir in Jesaja Kapitel, gehen wir mal also in Jesaja, in Jesaja Kapitel 26, da kann man das also sehen. Jesaja Kapitel 26, ab Vers 4. Oh, ich kann mich erinnern, wie wir, als wir also von Joshua der Fels gesprochen hatten. Es gibt so viele Versen, die sagen, dass Joshua Maschia Gott ist. Joshua ist Elohim. Joshua ist Elohim. Aber in der Gemeinde von den Menschen, die haben Schwierigkeiten, sowas zu verstehen, dass Joshua Maschia der Fels, der Herr ist. Hier steht also, vertraut auf den Herrn für immer. Denn in Yah, also Yahweh, dem Herrn, ist ein Fels der Ewigkeit. Halleluja. Halleluja, lieber Geschwister, Halleluja. Yahweh ist der Fels der Ewigkeit. Halleluja. Das ist Yahweh. Und wenn man also in 1. Korinther Kapitel 10, kann ich mich erinnern, also heute, als ich das gelesen, in meinem täglichen Lesen, da von der Bibel, bin ich also auf 1. Korinther Kapitel 10 noch gestoßen. Es ist auch Vers 4. Lesen wir mal also auf Vers 1. Oh, Vers 4. Und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war Christus. Halleluja. Das heißt, die Gemeinde von Joshua Maschia ist auf Joshua Maschia aufgebaut. Grundstein, Grund, die Basis, Basis, also auf Joshua Maschia wird so eine Gemeinde gebaut. Und was machen die Leute? Die geben so viel Geld, also riesige Gebäude, riesige Church und sowas, also aufzubauen und denken, dass sie, ja, das Haus des Herrn bauen. Nein. Die Gemeinde Joshua Maschia ist auf Joshua gebaut. Ich hatte doch letztes Mal gesagt, dass in dieser Gemeinde, dass Joshua der Boss ist, der Chef, der Meister, der Herr. Und hier sehen wir, dass Joshua Maschia Gott ist. Elohim ist. Er ist der Elohim. Er ist unser Herr. Halleluja. Für die Leute, die nicht glauben, also, dass Joshua Maschia Gott ist, ja, da ist also der Beweis. Halleluja. Joshua Maschia, du bist so wunderbar. Halleluja. Und zurück zu Matthäus Kapitel 16. Also, ich möchte gehen, dass wir öfter in diesem Vers, dem Vers bleiben, des Bekenntnis, also von Petrus. Es gibt, es gibt was hier. Joshua sagte zu Petrus, glückselig bist du, glückselig bist du, glückselig bist du, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in dem Himmel ist. Lieber Geschwister, dieses, diese Kenntnis, das wirst du nie, nicht mal in einer Theologischule oder sowas. Nicht da, wo die Priester lehren oder keine Ahnung, nein. Keine Doktorarbeit, kein Doktortitel, nein. Das ist vom Himmel gekommen. Kein Wunder, dass die Leute sagten, ja, aber diese Menschen, die sind nur so Fischer und so Fischermänner und so und so. Wie können sie also sowas wissen? Deswegen, also in der Gemeinde von Menschen, um Kenntnisse zu bekommen, muss man also die Theologie studieren. Muss man also in irgendwelche Schule gehen und, 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 und. Seht ihr diesen Unterschied? In der Gemeinde von Joshua, Maschia, Kenntnisse, Bekenntnisse, also Kenntnisse kommen von Joshua. Er öffnet die Augen. Er öffnet die Ohren. Aber, und, und, und dann legt er seine Worte. Er öffnet die Herzen der Menschen. Aber in der Gemeinde von Menschen, in der Gemeinde von Menschen, dort kriegt man also Theologie, dort geht man in die Schule für Pastoren, in die Schule für Propheten. Habt ihr gehört, es gibt sogar Schule für Propheten. Dort lernt man also, wie man prophezeien kann und sowas. Eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Also, wir sehen, dass die Gemeinde Joshua, Maschia, auf Joshua gebaut ist. Wenn du in eine Gemeinde gehst, wo Joshua, wo Joshua nicht im Zentrum ist, vergiss die Gemeinde. Raus. Schnell weg. Weg aus dieser Gemeinde. Nimm deine Familie und geh weg. Wo die Menschen, äh, hoch erhebter so werden und sowas erhoben werden, lass das. Verlässt einfach diese Gemeinde. Ich sag dir, lieber Joshua, Maschia suchen, die Zeit mit ihm verbringen und dann, das ist das Beste für dich. Ich bin, äh, früher habe ich also solche Gemeinde besucht und, äh, Wahnsinn. Du gehst am Sonntag, kommst du nach Hause und stellst du dich die Frage, äh, was habe ich überhaupt heute gelernt? Nix. Nix. Gar nichts. Und du wächst überhaupt nicht. Wir haben doch gesehen, dieses unverfälschtes Milch, ha, die Nahrung von Joshua, Maschia, das Wort Gottes, das Wort von Elohim. Und Joshua sagte hier, glückselig bist du. Glückselig bist du, weil was du da bekommen hast, das ist, das ist nicht von Menschen, das kommt von oben. Was will er uns hier sagen? Die Trennung zwischen die Gemeinde von Menschen und die Gemeinde des Herrn. Die Gemeinde von Menschen, kriegst du nur die Nahrung von Menschen. Aber hier, die Veränderung kommt von oben. Darum sagt die Bibel, wir sind also in Johannes Kapitel 3, man muss von oben geboren werden, damit man in diese Gemeinde reinkommt. In diese Ekklesia reinkommt. Halleluja. Halleluja. Halleluja, liebe Geschwister. Sieht ihr, die Gemeinde von Menschen, wie zum Beispiel, ich möchte da, ich würde da so aufhören, also die Gemeinde von Menschen, geben wir als Beispiel. Ein Beispiel ist also eine, das ist in der Offenbarung, in Kapitel 3, da sieht man also eine Gemeinde, also eine Ekklesia von Menschen. Die Ekklesia von Laodicea. Laodicea. Ich werde nicht ins Detail gehen, aber nur dieser Begriff Laodicea. Nur dieser Begriff Laodicea. Laodicea kommt also, das ist auf Griechisch, das ist Laodike. Ja, ja. Kennen wir einfach in Wikipedia. Vielleicht können wir das also in Wikipedia finden. Ja, genau. Wikipedia. Laodicea. Da. Laodicea auf Griechisch, das ist, das kommt also von Laos, Laodicea, Volk. Und Dicke, Recht. Das ist diese Gemeinde, also da steht Laodicea, Laodicea, das ist die Gemeinde, das Volk herrscht dort. Kein Wunder, liebe Geschwister, wenn wir hier lesen und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibt. Dies sagt der Amen, heiße, treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wirst. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt. Das ist heiß und kalt, das ist die Vermischung. Die Vermischung. Die Gemeinde, wo die Menschen, die Gemeinde der Menschen, wo die Menschen herrschen, da gibt es so eine riesige Vermischung, Vermischung vom Wort Joshua und der Welt, die Traditionen von Menschen, das habe ich da das letzte Mal gesagt. Vers 6, also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeisen aus meinem Munde. Diese Gemeinde kann nicht bei Joshua und Maschia bleiben. Weil du sagst, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich geworden und brauche nicht. Und nicht weißt, dass du der Elende und Betleidenswert und Arm und Blind und Blust bist. Also, diese Gemeinde ist blind, nackt, arm und, und, und. Rat, ich will nicht so tief ins Detail gehen. Vielleicht werden wir nächstes Mal die Gemeinde von Laodicea mal durchgehen. Also, hier sieht man, das ist die Gemeinde von Menschen. Da, wo die Menschen herrschen, da gibt es so eine Vermischung. Vermischung von Wort und Tradition von Menschen und, 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 und. In dieser Gemeinde herrschen die Überlieferungen von irgendwelchen Leuten und, und, und. Der Pastor, der Chef, der Pfarrer, der Bischof, die machen, was sie wollen. Aber nicht, was der Herr in sein Wort sagt. Also, wir haben heute gesehen, dass die Ekklesia von Joshua Maschia mit lebendigen Steinen gebaut wird. Und auf dem Fels auf Joshua Maschia gebaut wird. Er ist das Zentrum, liebe Geschwister. Wenn Joshua nicht da ist, vergiss es. Vergiss es. Wir können singen, wie wir wollen. Wir können tanzen, wie wir wollen. Und, 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 und. In Amos Kapitel 5, ich glaube also vom Vers 20 bis 24 steht dort, der Herr sagt sogar, es ist ein Gräuel, ich will nicht mal eure Lieder hören. Ich bin satt. Eine Versammlung ohne Joshua Maschia, das könnt ihr vergessen. Also, heute war das also Teil, also Teil 2 von Ekklesia, der Menschen gegen die Ekklesia von Joshua Maschia. Und heute haben wir gelernt, dass die Ekklesia von Joshua Maschia mit lebendigen Steinen, mit Menschen gebaut wird. Und auf dem Fels, das heißt auf Joshua Maschia, da wo Joshua Maschia regiert und nicht die Menschen. Ich danke Joshua Maschia für diese Zeit. Der Herr segne uns alle im Namen Joshua Maschia. Bis zum nächsten Mal. Amen.